Es gibt Personen im Leben, bei denen du dich vielleicht fragst, ob die Chemie nicht stimmt oder sie dich schlichtweg nicht mögen. Es gibt allerdings einige Anzeichen, an denen du tatsächlich erkennen kannst, dass eine Person dir nicht wohlgesonnen ist. 1. Mangelndes Interesse Menschen, die dich mögen, interessieren sich für dich. Sie stellen dir beispielsweise Fragen, um dich näher kennenzulernen. Zeigt dein Gegenüber kein Interesse, möchte die Person nur so viel über dich wissen, wie sie muss. 2. Fehlende Initiative Jeder von uns verbringt gerne Zeit mit Menschen, die uns sympathisch sind. Sucht eine Person nur wenig Kontakt, ist das ein Anzeichen dafür, dass sie dich nicht mag. 3. Negative Körpersprache Kein Lächeln, ein ernster Blick oder verschränkte Arme sind ein sehr deutliches Zeichen, dass dein Gegenüber dich nicht mag. Natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag. Kannst du der Person jedoch nie ein Lächeln entlocken, ist die Sache klar. 4. Kein Augenkontakt Emotionen kannst du Menschen am besten an den Augen ablesen. Menschen, die dich mögen, suchen deinen Blick und schauen dir beim Gespräch in die Augen. Das Vermeiden von Augenkontakt spricht in den meisten Fällen für eine emotionale Barriere und Antipathie.